Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns das Annuitätendarlehen genauer an. Viel Spaß! Das Annuitätendarlehen. Von der Rechenweise her sicherlich eines der komplizierteren Darlehensarten. Wenn man aber einmal weiß wie es geht, wie es ja immer ist, dann ist es eigentlich ganz einfach, weil es immer dem gleichen Schema folgt. Wie immer in meinen Videos schauen wir uns das Annuitätendarlehen anhand eines konkreten Beispiels an. Wer dieses Beispiel dann auch nochmal in einem Raten und in einem Festdarlehen sehen will, der schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich noch andere Videos von mir verlinkt. Ansonsten weise ich da auch nochmal in der Endcard drauf hin. Und unser konkretes Beispiel für das Annuitätendarlehen sieht wie folgt aus. Wir haben einen Kredit- bzw. Darlehensbetrag in Höhe von 450.000 Euro. Der Zins beträgt 1,5% PA, bedeutet per annum, also pro Jahr. Wir zahlen 1,5% Zinsen jedes Jahr. Die Laufzeit beträgt 8 Jahre, also nach 8 Jahren wollen wir unser Darlehen zurückbezahlt haben. Wie auch schon beim Fest- bzw. Raten-Darlehen haben wir eine Tabelle, in der wir die spalten Ja, weil wir meine Beispiel jedes Jahr zurückzahlen. Man könnte das auch pro Monat rechnen, aber mein Beispiel machen wir das jetzt mal für jedes Jahr. Dann haben wir eine Spalte mit dem Kreditbetrag bzw. der Restschuld am Ende des Jahres. Jetzt könnte man sich hier wieder fragen, okay, wieso denn Kredit? Naja, der Begriff Kredit und auch der Begriff Darlehen können grundsätzlich als synonym betrachtet werden. Dann haben wir noch die Spalten Zinsen und Tilgung und die Spalte Gesamtbelastung. Aus meiner Sicht ist es am sinnvollsten, sich bei den jeweiligen Darlehensarten anzuschauen, welche Spalte denn die ist, die immer gleich bleibt. Es gibt nämlich bei jedem Darlehen mindestens eine. Beim Annuitätendarlehen ist das die jährliche Belastung. Die ist immer gleich. Also der Kern des Annuitätendarlehens liegt daran, dass wir am Ende des Jahres immer die gleiche Belastung haben und trotzdem nach 8 Jahren den gesamten Kreditbetrag inklusive der Zinsen zurückbezahlt haben. Das macht die Rechnung hier ein wenig komplexer, weil wir erstmal auf die Gesamtbelastung kommen müssen. Die Gesamtbelastung kann auch als Annuität bezeichnet werden, deshalb auch Annuitätendarlehen. Wir berechnen also erstmal die Annuität. Dafür brauchen wir den sogenannten Kreditwiedergewinnungsfaktor. Hier als KWGF abgekürzt. Der lässt sich mit folgender Formel ausrechnen. Wir nehmen unseren Zins i mal in Klammern 1 plus i hoch n. n steht hier für die Jahre. Das wäre bei unserem Beispiel dann gleich 8. Das teilen wir nochmal durch 1 plus i in Klammern hoch n minus 1. Also ausgefüllt hier 0,015, weil es sind ja 1,5%, Prozent bedeutet durch 100, also 0,015, mal in Klammern 1 plus 0,015 hoch 8, geteilt durch in Klammern 1 plus 0,015 hoch 8 minus 1. Und wenn wir das ausrechnen, würde uns der Taschenrechner eine Zahl ausspucken mit recht vielen Nachkommastellen. Und zwar kommt hier raus 0,1335840246. Wenn wir auf eine Annuität kommen wollen, die wirklich am Ende auch genau aufgeht, müssen wir auch mit dieser gesamten Zahl weiterrechnen und dürfen sie nicht runden. Es gibt aber durchaus Aufgaben und Beispiele, in denen hier gerundet wird, zum Beispiel nach 3 oder nach 6 Stellen nach einem Komma. Das sorgt nur dafür, dass die Annuität nicht auf den Cent genau am Ende aufgeht und wir das letzte Jahr anpassen müssen. Dazu kann ich aber gleich nochmal was sagen. In meinem Beispiel rechne ich mit der gesamten Zahl, man kann sie einfach im Taschenrechner lassen und folgende Rechnung machen. Wir nehmen nämlich jetzt diesen Faktor und rechnen den mal den Kreditbetrag, also in unserem Beispiel mal 450.000, da kommt 60.112,81107 raus. Und den Betrag runden wir jetzt, weil das ist unsere Annuität, das soll ein Eurobetrag werden, also brauchen wir zwei Stellen nach dem Komma. In unserem Beispiel dann eben 60.112,81. Und das ist unsere Annuität, das ist unsere Gesamtbelastung. An dieser Stelle aber erstmal keine Sorge. Den KWGF zu berechnen ist an sich nicht schwer. Die meisten Aufgaben, die ich so kenne, setzen das aber gar nicht voraus. Oftmals wird in Aufgaben auch schon direkt die Annuität angegeben und man soll einfach nur das Darlehen abrechnen. Und wie das funktioniert, da gucken wir jetzt drauf. Schauen wir uns also an, wie wir jetzt diese Tabelle ausfüllen. Die Annuität haben wir jetzt ja oben rechts ausgerechnet, beziehungsweise könnte sie angegeben sein. Wir schreiben erstmal die Jahre auf. Wir haben in unserem Beispiel 8 Jahre, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir können fürs erste Jahr schon den Kreditbetrag hinschreiben, 450.000 Euro. Das ist unsere Ausgangssituation. Als nächsten Schritt ist es aus meiner Sicht am sinnvollsten, die Spalte auszufüllen, die immer gleich bleibt. Wie gesagt, hier ist es die jährliche Belastung unserer Annuität. Hier schreiben wir also die 60.112,81 Euro rein, und zwar für jedes Jahr. Wir werden am Ende sehen, dass diese Annuität, also diese Gesamtbelastung dazu führen wird, dass wir ganz zum Schluss komplett unsere 450.000 Euro zurückgezahlt haben und auch die Zinsen, die jedes Jahr angefallen sind. Wie gesagt, wenn man oben beim KWGF mit gerundeten Zahlen rechnet, müsste man eventuell das 8. Jahr unten nochmal anpassen, weil es dann um ein paar Euro sich da verschieben kann. Aber hier, bei meinem Beispiel, geht es genau auf. Nun gehen wir Jahr für Jahr durch und schauen, wie hoch jeweils die Zinsen und die Tilgung sind. Im ersten Jahr müssen wir 1,5% Zinsen auf 450.000 Euro zahlen. Das sind 6.750 Euro. So, nun haben wir unsere Gesamtbelastung ja schon. Dementsprechend können wir daraus schließen, wie hoch unsere Tilgung sein muss. Weil wir wissen ja, die Gesamtbelastung ergibt sich aus Zinsen plus Tilgung. Und wenn wir die Zinsen wissen und die Gesamtbelastung wissen, müssen wir von der Gesamtbelastung nur die Zinsen abziehen und der Rest ist Tilgung. In unserem Fall in Jahr 1 53.362,81 Euro. Die Tilgung sorgt jetzt dafür, dass nach Jahr 1 genau das von unserem Kreditbetrag runtergeht und ergibt dann die Restschuld zu Beginn von Jahr 2. Wir rechnen also 450.000 Euro minus die 53.362,61 Euro und kommen dann auf eine Restschuld zum Beginn des Jahres 2 in Höhe von 396.637,19 Cent. Und auch nur auf diesen Betrag müssen wir jetzt im Jahr 2 Zinsen zahlen. Also 1,5% von den 396.637,19 und wir kommen im Jahr 2 auf Zinsen in Höhe von 5.949,56 Euro. Gleiche Rechnung wie eben, wir ziehen die Zinsen von unserer Annuität, von unserer Gesamtbelastung ab. Also 60.112,81 minus die 5.949,56 und kommen auf eine Tilgung im Jahr 2 von 54.163,25 Cent. Das ist wieder der Teil, den wir von unserem Kredit zurückzahlen. Wir ziehen also diesen Betrag von unserer Restschuld zu Beginn des Jahres ab und haben dann die neue Restschuld zu Beginn des Jahres Nummer 3. Das sind hier 342.473,94 Euro. Und jetzt geht das Spiel weiter. Wir rechnen 1,5% auf die 342.473,94 Euro und ziehen die gesamte Rechnung für alle Jahre bis ins Jahr 8 durch. Zum Schluss sieht unsere voll ausgerechnete Tabelle so aus. Wenn wir jetzt die Summen bilden, also zum Beispiel mal bei der Tilgung schauen, was bei 8 Jahren Tilgung rauskommt, also alle 8 Jahre zusammenrechnen, da sehen wir, wir kommen auf insgesamt 450.000 Euro. Wir haben also insgesamt unseren gesamten Kredit zurückgezahlt. Wenn wir die Zinsen miteinander addieren, sehen wir, dass wir insgesamt über 8 Jahre hinweg 30.000 Euro 902,49 Euro gezahlt haben. Also haben wir uns von der Bank 450.000 Euro geliehen und haben ihr insgesamt 480.902,49 Euro zurückgezahlt. Und das hat funktioniert mit einer Gesamtbelastung am Ende des Jahres, die immer gleich geblieben ist, die sich immer aus unterschiedlichen Zinsen und Tilgungen zusammengesetzt hat. Und trotzdem haben wir am Ende genau unseren Darlehensbetrag zurückgezahlt, plus allen Zinsen, die dafür angefallen sind. Werfen wir auf die Zinsen und die Tilgung beim Annuitätendarlehen nochmal einen Blick, schön grafisch aufbereitet. Wenn wir uns unsere Tabelle anschauen, sehen wir, dass die Tilgung von Jahr zu Jahr steigt. Wir also einen immer höheren Anteil dessen haben, was wir vom Kredit wirklich zurückzahlen. Und um auf die Gesamtbelastung zu kommen, kommen auf die Tilgung jedes Jahr noch die jeweiligen Zinsen drauf, die am Anfang sehr hoch sind, aber über die Jahre hinweg immer mehr abnehmen. Das heißt, wir sehen, die Gesamtbelastung ist immer gleich, nur die Aufteilung zwischen Zins und Tilgung verändert sich. Am Anfang ist die Zinsbelastung sehr hoch, die Tilgung sehr niedrig, bis zum Ende hin die Tilgung viel höher ist und die Zinsen nur noch einen kleinen Teil darstellen. Beim Blick auf die Vorteile sehen wir also, wir haben immer gleichbleibende Raten. Das bedeutet, ein Unternehmen kann super gut planen, weil die genau wissen, dass am Ende des Jahres immer der gleiche Betrag vom Konto abgeht. Und so haben wir eine Darlehensart, in der die Tilgung über die Laufzeit immer mehr zunimmt. Da wir aber den Betrag am Anfang erstmal ausrechnen müssen, der dazu führt, dass über die Laufzeit hinweg die Zinsen und Tilgung sich genau so anpassen und man genau den Betrag eben hat, der dazu führt, dass man wirklich beides zurückzahlt, ist natürlich diese Darlehensart verhältnismäßig komplizierter zu berechnen. Wer sich mein Video zum Raten-Darlehen mit genau den gleichen Konditionen angeschaut hat, dem wird aufgefallen sein, dass dort die Zinsbelastung insgesamt noch geringer war. Dadurch, dass hier beim Annuitätendarlehen die Tilgung am Anfang noch relativ gering ist, ist diese Darlehensart meist nicht die günstigste Variante. Fallen euch sonst noch Vor- oder Nachteile ein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und das ist das Annuitätendarlehen. Wird in der Praxis meiner Erfahrung nach am häufigsten gemacht, weil die meisten Kunden gerne möchten, dass sie genau wissen, was monatlich oder in unserem Beispiel hier jährlich vom Konto abgeht, um besser planen zu können. Wer sich das Annuitätendarlehen nochmal in einem anderen Beispiel anschauen möchte, zusammen auch mit dem Fest- und dem Raten-Darlehen, der klickt einfach mal hier. Ich habe ein relativ langes Video dazu gemacht, wo ich dann wirklich alle Darlehensarten mit dem gleichen Beispiel durchrechne und gegenüber stelle. Alternativ habe ich aber auch mit dem Zahlenbeispiel aus diesem Video ein Raten-Darlehen ausgerechnet, dafür einfach mal hier klicken. Ansonsten soll es das an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Über Feedback via Like-Button oder in den Kommentaren freue ich mich wie immer sehr, über ein Abo natürlich auch, aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.